Mitte Oktober stellt Mazda den neuen Mazda 5 vor. In der Einstiegsversion Primeline wird er von einem 1,8 Liter Benzinmotor mit 85 kW, sprich 115 PS angetrieben. Insgesamt ist der Mazda 5 in drei Motorisierungen und drei Ausstattungslinien erhältlich. Alle Modelle besitzen zwei hintere Schiebetüren. Alle Motorvarianten sind mit einem Sechsganggetriebe kombiniert und erfüllen die Euro 5 Norm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017